Hallo, ich bin der Matthias Baumhackl. Ich habe 2010 bei der ASFINAG als Elektro-Lehrling anfangen dürfen. Ich bin seit 2014 ausgelernt. Ich habe super Unterstützung durch die Firma gekriegt. Ich habe die Lehre mit Matura machen dürfen. Ich habe viele Zusatzausbildungen gekriegt. Seit 2014 arbeite ich als Betriebselektriker am Standort Blabutsch-Tundel. Ich habe dort hauptsächlich den Tunel selbst mit seinen diversen Anlagen betreut. Mittlerweile bin ich aufgestiegen zum stellvertretenden Leiter Betriebstechnik und mache auch Kleinbauprojekte bzw. begleite auch das Projekt Blabutsch-Tundel. Leute, ich kann nur sagen, das ist ein Top-Job und ein Top-Unternehmen. Hilfe Bezą Be CMS Be 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 Untertitelung des ZDF, 2020